So, da wären wir wieder. Dienstagabend, 19 Uhr, 7 Days to Die, jetzt Folge 22, laut Ellie zumindest, weil die ist auch wieder mit dabei. Hallo? Ja, wir hatten zwei Wochen Pause gehabt. Zwei? Ne, länger, oder? Das ist ja nicht lange. Ich glaube, zwischen drin haben wir mal. Ja, kann sein. Wegen Umzug und Studiumkram und andere Schichten. Alter, halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Hör auf, irgendwas zu gucken nebenbei. Du sollst ja Zombies abwehren. Was machst du da überhaupt? Ja, wir müssen doch die, die Dinger hier, äh. Was wissen wir? Ich weiß es gar nicht mehr. Ersetzen, weil doch Horde war und so. Weißt du, ja, ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran ändern. Es war Horde und die haben hier alle Spikes kaputti gemacht. Oder blutig gemacht. Und, äh, wir hatten uns entschieden, äh, alle einfach mal zu ersetzen. Also alle, die so blutig sind zumindest. Ah, okay. Meine Axt ist eigentlich kaputt. Hallo, Frieda. Hallo! Ähm, ich brauche... So, wir haben ja ein Motorrad. Stimmt, ja. Ich brauche, äh, kannst du mir eine neue Axt machen? Moment. Ich brauche ein Zimmer. Ich brauche ein Zimmer. Weil, äh, meine geht dem Ende zu. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ach, er produziert auch noch. Oh ja. Ist gut. Ist gut. Äh, eine neue Axt. Ich glaube ich. Ach, jetzt sitzt der auf dem Minipike. Äh. Hallo. Hallo. Eine Axt. Ist. Ist in der Mache. Dankeschön. Ist echt einiges kaputt gegangen. Ja, doch. So. Wo? Ah, da oben waren wir ja wegen dem Schatz. Der dann auf einmal... Ach ne, wir haben ihn nicht... Doch, wir haben ihn gefunden, ne? Ja, wir haben ihn gefunden. Warum? Warum ist denn... Jetzt... Achso, das ist... Ah, das ist der Schlachelgrad. Hast du die schon fertig jetzt? Was? Die Axt? Ja. Äh. Ja, ist fertig. Äh. Wo bist du? Im Haus. Äh. Hallo. Warte, ich schmeiße die hier hin. Auf dem Boden. Okay. Wo? Hier, hinter dir. Ah. Dankeschön. Ah. Steuern wieder klarkommen, ne? Ja. Alles so ungewohnt. Ah. Steuern wieder klarkommen, ne? Vielleicht kannst du ja ein bisschen Holz besorgen gehen. Ja, das kann ich. Holz fällen kann ich. Äh. Entschuldigung. Schau mal. Schau mal. Aber nicht in die Stachelrette reinlaufen. Ne, ne. Die ganzen Bäume, die wir hier mal gepflanzt haben. Holz, Holz, Holz. Dez. Diehe Safetyone. Du... Du... Du 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 du, du 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 du... Du 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 du. Was ist das? Oh, siehst du hier. neue bäumchen pflanzen der sound wenn man bäume pflanzt so ich habe jetzt besorgt was sagt denn der zement wir eine werkbank ja da mal einfach das holz einpacken und spikes herstellen kann ich jetzt ganz viele von wie viele denn auch einige ich habe 60 aber das wird auf gar keinen fall reichen soll ich mal 300 300 sind in vier minuten fertig machen nicht alles kaputt muss man was essen oder so oder ist dir warm du bist warm fühlst du ups das ist falsch nicht die erde hauen gut machst du das das sieht sehr professionell aus von hier oben ist aber noch ganz schön viel blutig mach das ordentlich ich muss fünf hasen mit einer schrotflinte killen okay ich hab's noch nicht so mit den Knöpfen und so klar mit der Steuerung da geht schon mit mir das sieht auch echt abenteuerlich aus was sie hier gebaut haben und ich bin schon wieder diese kacken dinge am boden gelaufen man man da hau doch auf das ding ne nicht den boden sehr gut immer weiter komm vielleicht sind da die spikes schon fertig dann kann ich dir die vorbeibringen das naja 4 7 matschets ha jord wir haben laut da verwischen. Da ist der Zement fertig. Ah, was? Der Zement ist gleich fertig. Das freut mich für den Zement. So, jetzt bräuchte ich noch mal 200. Dann das Ding anschmeißen und dann dauert es wieder ewig und dann kann ich auch mal weiterbauen. Aber ich habe da auch noch die Barframes. Ah, jetzt habe ich keine mehr. Ich muss mal nicht rein gehen. 300, wir sind fertig, yay. Haben wir noch irgendwo Fackeln? Äh, nein. Ich glaube nicht. Ich muss gucken. Die sind sonst aus Kohle und Holz gemacht, glaube ich, ne? Oh, hallo. Nein, da kommst du jetzt nicht mehr durch. Airdrop! Ach, da hinten, hinter da ja, soll. Ich muss außen rum. Ja! Hans, guck in die Luft, du. Ach, da hinten ganz beim Schneegebiet. So, wie komme ich hier denn jetzt wieder raus? Ich gehe oben rum. Waren die Spikes komplett fertig? Ja. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, äh... Fackeln. Fackeln. Basics. Forge aus Kohle und... Haben wir noch Kohle? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Kann man Kohle nicht auch irgendwie auf der Karte sehen? Ne, ne? Okay. Oh, der. Der hat nix gut. Sonst guck halt mal in der Kiste von der Munition. Achso. Den ist Schwarzpulver. Wie ein Zombie. Oh, der läuft gerade in die Spikes. Alter! Mach die mich kaputt, Mann. Ich habe die gerade frisch aufgesetzt. Oh, Mann, dann ist das ein Mini-Pike. Ja, hier ist noch Kohle. Oh. Oh. Nur noch Steine. Warum sitzt du nur noch obenrum in die Mine wieder? Ja, Mann, hatten wir nicht irgendwo einen zweiten Ofen noch hingestellt? Ja, im Ölbohr-Turm. Alter, wollen die mich verarschen? Stimmt. Das ist wieder irgendwann ein Zombie. Oh, 400. Mann, Ruhe seine Anlage befestigen kann man hier. 1.400, dann brauche ich davon noch 400. Dann auf. Was ist das? Was ist das? Wir lassen uns das. Was ist das? Und dann? Was ist das nicht, was ich? Das ist das nicht? Was ist das? Ich will nur noch stacheln denn die gerade. Die sind ja überall. Nicht, dass du dich da einbaust. Ich versuche es zu vermeiden. Ich habe auch noch mehr Stein, sehe ich gerade. Echt mehr Stein. Und ein bisschen mehr Stein. Steine, Steine, Steine. Ja. 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 Ja, das geht. So, alles wieder aufgestellt. Sehr gut. So, alles. Das reicht. Na, wo willst du denn hinfahren? Gar nicht. Gar nicht. Ach ja. Keine Munition mehr, oder? Ach ja. So. Attacke. Okay. Brauchst du das Forged Iron eigentlich? Ne, ich weiß auch gar nicht, warum wir das... Cool, dann hab ich das, dann hab ich das glaub ich gemacht. Okay. Ne, um den Stacheldraht zu reparieren. Okay. So. Oh. Ne, das machen wir zu. Oh. 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 Was war das für'n Geräusch? Ich bin an die... ...Dinge ins Gelaufen. Ich bin ein bisschen geöffnet. So. Schäfer! Da war ja einer. Wo war einer? Ach, jetzt hab ich ihn falsch gesetzt. Ah. Ach du Scheiße, bis mein Zement fertig ist, dauert es nach 25 Minuten. Okay. Mann. Das war dadurch erst durchgelaufen. Ach, das war ordentlich. Ja, bin durch. Alles Rebarios. Sehr gut. 160. Könnt' mir ja schon mal nehmen, um das hier zu reparieren. Ja, wer parkt das Ding auch da drinnen? Wir brauchen Federn. Okay, welche suchen? Geh' mal suchen. Wie viele Bolzen hast du denn? Äh, 29 Eisen. Soll ich mal Richtung, äh, Kiste gehen? Moment. Obwohl, ne, ist schon 17 Uhr. Machen wir am nächsten Tag. Geben wir uns das für den nächsten Tag auf. Das ist ein Zombie. Oh mein Gott. Kann ich dem einen Stein umwerfen? Geben kannst du was? Ich kann ihm einen Stein anwerfen können. Ich treffe nicht. Bin zu doof dafür. Ich geschwede mich aus. Ich spiel! Ich steche die Öl. Versteckend nach, oder? Ent例えば es nicht, oder? Schlimmer auf den Fall. Ich versuche, dass es hier Actionwerke zu machen. Ich versuche, dass es hier nicht mehr geht. Ich versuche, dass das Gericht tut es sein, oder? Es stellt sich um das Gericht die Öl. Ich versuche, dass es nicht in der Fall wird. Oh, Drunk and Disorderly Challenge. Was hast du denn jetzt gefunden? Oh, der hat so einen dabei gehabt. Ich lese das mal. Lese das mal. Listen, punk! If you've come to possess this note, then know this. We've been watching you. Wieso gucken wir uns eigentlich immer alle zu? Steht in jeder Nachricht glüb ich drimmer. I weiß nicht, ich bin vielleicht so interessant. But let's see if you can do this task and just maybe you can join our little band of merry survivors. Crazy is my middle name, Jake. Challenge kill some zombies with your fists while drunk. Was? Ah, ja. Warum auch nicht? Man muss hier so vertrinken und dann einen Zombie mit... Gibt es überhaupt jemand mit seinen Fäusten? Ja. Die killen dich doch vorher, oder? Weiß ich nicht. Ich muss auch noch mit ner, äh... Hier, äh... Nagelpistole auf Hasen schießen und sowas. Ne, auf Hühner, auf Hühner. Was du für komische Sachen machen musst. Nail some chicks. Zombie Cops muss ich auch noch einkillen. Quests mittlerweile. In den Händen ein Zombie? So, bist du denn jetzt im Auftrag dahin. Ach so, apropos. Ich hab dich noch gar nicht markiert, fällt mir doch noch auf. Ja. Eing vergessen. Nein. Ich bring dir dafür ein bisschen Eisen mit. Hast du mir Eisen mit? Ja, hab ich grad gefunden. Okay. Das war eigentlich so, wie ich ervogeln musste. Hm, es wird dunkel. Jaaaa. Oh! Waren wir schon mal? Weiß ich, wer war wo schonmal? Hier so'n Camping-Lager-Dingens. Aber bestimmt schonmal. Doch. Oh! Vorgelast. Ehh. 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 Wow. Oh. War aber von überall. Ich geh jetzt umruhe. Ah fett, die kommen, das ist pur. Geh mal eben gucken, ob wir da schon waren. Weißt du, da waren wir schon. Weathersport's back. Oh! Gerade da bist. Waffen gefunden. Okay, dann komm ich zurück. Als konnte ich das Vogel-Last nicht aus- Oh, hier, Vogel-Last. Doch, ich hab das Vogel-Last. 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 Müll! Ha! Ich hab Müll gefunden. Und es ist nichts drin. Hier ist ein Bär vor der Tür. Was? Hier ist ein Bär vor der Tür. Das ist irgendwie uncool. Vielleicht rinnt er ja in die, in die Spikes rein. Dann stirbt er und dann haben wir Fleisch. Oh! Hey, da ist ein Bär vor der Tür. Ja. Soll ich mal in die Spikes reinlocken? Wenn du das kannst. Ich weiß nicht, dass das eine gute Idee ist. Hast du eigentlich noch Forged Iron übrig? Ja, in der Kiste. Okay. Wir müssen nur die Tür mal eben kurz... Hallo! Lass mich mal rein! Wer ist da? Lass mich rein, man! Da ist ein Bär! Wer ist da? Lass mich rein! Die Losung bitte? Lass mich rein, du Arsch! Nee, die ist wieder falsch. Der Bär dreht grad um und kommt in meine Richtung. Ich dich da raus geh. Nein, warte! Forge, einmal Iron haben wir nur noch. Das ist echt? Jetzt kannst du mal kurz nicht raus, oder? Okay, was hast du vor? Wow! Auf ihn! Guck, so einfach. So einfach find man Bären. Jetzt bin ich bei einer Bett voll Liga. Unser Abendmahl. Ja. Genau, koch mal was. Los! Okay, hab ihn. Sehr gut. Geht. Kann ich mal auf den Grill damit? Genau. Ich hab auch ein Messer gefunden. Forge Iron. 20 oder so. Und Schottland. Und ein Pionenteil. Wo hab ich denn die jetzt? Was? Was? Ich hab nichts gemacht. Völlig anschuldig. So. Das ist halt jetzt wieder schick. Das war hell. Das war ein Zombie. Ja, die können uns ja nichts tun. Das ist ja alles ordentlich gemacht. Oder nicht? Oder nicht? Klar. Total. Sehr gut. Sehr gut. Hä? Da ist doch noch Forged Iron. Ja, ich hab da auch gerade wieder welches hergestellt und reingepackt. So. Oh, jetzt ist der Zombie, den ich gehört hab. Oh, jetzt bin ich fast vom Haus gebleckt, ey. Wieso? Ich weiß nicht, es hat kurz gerockt. Achso. War irgendwie ungeil. Nein. Wieso? Oh, ich bin jemand, der immer die Türen unter sich zumacht. Ah, ja. Oh, das dauert noch ewig. So. Wir halten Wache. Wann auch mal der nächste Mensch irgendwie rauskommt oder so. Ja. Ja. Der, äh. Äh. Könnt mal kommen, ja. Dann nutzt du den hier hinten jetzt nicht oder wie? Hä? Den Ofen. Nö, ich brauch erst wieder mehr, äh, Stein. Da sind 2600 Steine da drin. Echt? Echt? Ohja. Ja, dann können wir ja nochmal das Element herstellen. Dafür haben wir eben was gemacht, dass das Element zur Hand ist. Ja. Ach, helle ruhige Nacht. Oh, das dauert immer noch so lange. Oh, hier fehlt... Oh, hier fehlt ein Holzding, so eine Holzkiste. Was? Ja, die haben sie weggeschlagen vom Blumenbeet. Bestimmt, weil die ja hochgerannt gekommen sind, ne? Ja, es war lustig. Das war Stress. Ah, krass. Ich mach das ordentlich. Hab ich schon. Ey! Ich üb schon mal auf, wenn du meine quillst. Ich schieß auf dich, hör auf. Hm. Hinde doch diesen Munition. Alter! Verschwinde, was mich? Du hast es herausgefordert. Ja, doch. So, wo sind jetzt die Zombies? Ja, richtig. Jetzt haben die Schiss vor uns. Was machst du da draußen? Pass auf! Da ist auch wieder was blutig. Oh, doch nicht da reinlaufen. Geht alles blutig aus. Hier war auch noch ein Wort. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen hierfür. Dass die hier nicht mehr einfach so hochgerannt kommen können. So ne, so ne, so ne. So ne. Heißt das? Na? So ne Leiter, die man dann hochziehen kann. Feuerleiter. Trickleiter. So heißt das. Trickleiter? Kennst du das nicht? Strickleiter meinst du? Trickleiter. Man sich so vom Baumhaus runter hängt halt. Eine Strickleiter. Ja sag ich doch. Ja. Ich hab die ganze Zeit Trickleiter verstanden. Ein Strickleiter. Komm an. Okay. So. Ein bisschen Zement noch. Wie ein Blaubeer. Nee. Oder? Doch. Ja, Kuchen. Den echt zwar nie essen, aber... Mach sogar keine Bären. Ja. Apropos Kuchen. Ich hab auch Kuchen. Ich hab auch Kuchen. Vielleicht ich mir noch ein Stück genehmigen, glaub ich. Ja. Du mit deinem ganzen Kuchen. Wenn ja kein Mensch alles aufessen. Bedrohnliche Musik. Ja, findest du? Schon grade, ja. Na schon. Da. Jetzt sind wieder fünf Blaubeerbüsche da. Weißt du, so wie so ne, ja, Zugbrücke so ähnlich. Oder so ne Rampe die man runter lässt oder so. Ja, mit dem neuen Update wird's was geben. Oder wenn die Horne kommt, bauen wir die Rump einfach ab. Oh. Und auch um den Bunker rum müsste noch mehr, äh, vielleicht... der ist ja ziemlich weit offen. Vielleicht müssen wir den noch ein bisschen zu machen. Meinst du noch mehr Spikes drumherum? Ne, ne, weil der ist ja... der Eingangsbereich ist ja ziemlich... lang. Ja, und so... So soll der auch sein. Dann hopsen die kurz über die drei Reihen Spikes und sind da im Eingangsbereich und da ist ja nichts, was dir aufhält. Dann machen wir mehr Spikes. Aber wenn du halt nen kleineren Eingangsbereich hast... Nein. Sieht dann zwar scheiße aus, aber ist halt praktischer. Praktischer. Nein. Mehr Spikes. Mehr Spikes. Ja. Ich will mehr Spikes fahren. Genau. Ich bin aber. Achso, so meine Speerspitzen, meine, meine, meine Pfeilspitzen fertig? Ja. Cool. Dann brauch ich noch Holz. Und wedern. Auch das noch. Oh, ich brauch noch acht Spitzen. Äh, 18 Spitzen. Äh, dups. Ammo. Wie viele Bolzen hast du noch? Ich hab das schon mal gefragt, oder? Wie viele Bolzen hast du noch? Ich glaub jetzt noch 30 oder so. Mach doch... Mach doch dein Inventar einfach auf und guck mir nach. 24. Alter. Wirfst du dir den einfach an, oder? Triffst du dich, oder? Was? Nein. Weil ich so viel auf den Bären geschossen hab, sonst wäre er nie gestorben. Ja. Ich hab noch 70 oder so gerade gehabt. Dann leg ich dir noch ein paar in die Kiste. Ich hab noch, äh, 78 Schrotflinten, Moni. Ich hab dir noch 24 reingelegt. Okay. Jetzt hab ich 48. Mann, Mann, Mann... Mann, Mann... Woi, tschau... Da haben deutlich zu wenig zu tun. Da fehlt doch auch einer! Da fehlt eine Kartoffel, Mann! Was? Kartoffel über Bord. Toll, wer ist ja eigentlich für das B zuständig. Hammer. Kartoffel. Alle genommen. Oh, ich knüpfe, ne? Ich komme noch nicht klar damit. Oh, hast du das gegessen? Die heilige Kartoffel. Ich will irgendwie immer links klicken machen, äh, rechts klicken machen, weil ich auf die Kiste zugreifen will. Ist auch nicht irgendwie. Hast du dazu für Minecraft gespielt? Äh, ja. Mal, aber irgendwie entscheidend. Kartoffel. Jetzt wird's wieder fünf. Jetzt passt's wieder. Jetzt ist alles schön. Will die Kiste holen. Oh, so langsam wird's hier, ja. Bödenaussicht hat man hier. Was machst du da oben? Den. Warum? Weil ich's kann. Hör auf mich zu hauen hier. Hey, keine Krügelei anfangen. Das könnte ins Auge gehen. Oh, da kommt ne kleine Horde. Ja, was ist vor? Wir haben ja gerade angewandt und rennen vorhin die Spikes rein. Oh ja. Den hab ich erwischt. Schwester Annegräb. Ja, ma, ich hab die Anne schön aufgestellt eben. Ja, deswegen kommen die auch angerannt, weil das so hübsch ist. So anziehen. Ich hab mir gedacht, da fehlen noch ein bisschen rote Farbe drauf. Hier, hast du übrigens welche vergessen. Was ist das denn für ne Stamperei? Was? Da. Guck mal, Mann. Das war vorhin noch nicht. Ja, ja. Ich bin fertig. Ich hab alles ordentlich gemacht. Und da fehlen auch welche. Was? Wo? Komm her. Komm mit. Da. Nee, da liegt Stacheldraht. Ah, okay. Glück gehabt. Kann man jemanden schubsen? Alter. Au. Ja, ist ja gleich neuer Tag. Mach das. Ja, mach mal deine Arbeit ordentlich. Komm wieder rein. Schnell. Weil wir nämlich jetzt kurze Pause machen. So. Was, jetzt? Nee, wieso denn jetzt? Weil ich auf den Klo muss. Doch gleich, äh, sowieso Pause. Ja, deswegen. Dann, äh, ja, wir sind in 5 bis 10 Minuten wieder da. Und, äh, ich bin seit in 2 Tagen auf YouTube. Weil ich muss dringend wohin. Bis gleich. Tschüss.